Ich bin auch für KMU und so ein wenig und darum kann man eben dort kaufen, respektiv Mieten. Also, warum nehmen wir nicht Plastiksenke, oder? Einmal von Drogerie, einmal von Möbelpistern, oder? Und nachher jetzt im Moment bin ich gerade ein wenig für Thunen unterwegs, oder? Bei Esmos, dann wissen Sie ins Bern, was am schönsten ist, oder? Das ist ganz klar. Nein, aber das ist tatsächlich wahr, wenn ich zu Thunen so, KMU, die kennen das viele, voll krass. Oder nehmen wir zu Pauwitz, dort ist noch ein wenig mehr, sage ich auch so, Plastiksenke, um eine Mittwoche vor Mittag, 500 Std. Seidisch. Retour 750 Std. Samst nicht doppelt. Ja, weil Sie ja mehr müssen. Das finde ich ja auch nicht zu Bern.